Und damit herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz beim FC Herzgebirge Aue. Das Ganze vor dem 12. Spieltag, das letzte Heimspiel der Pfeilchen im Jahr 2020. Ja, das eigentliche Montagabendspiel, demzufolge, weil englische Woche am Donnerstagabend 20.30 Uhr. Das Ganze gegen den Karlsruher SC und aus bekannten Gründen und mit besonderer Vorfreude ein Spiel gegen einen Gegner. Auf den sich unser Chefcoach Dirk Schuster besonders freut, oder? Ja, klick auf in die Runde erstmal. Natürlich freut man sich auf den KSC. Aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil schon die Art und Weise, wie der KSC die letzten Spiele bestritten hat, nicht nur ergebnistechnisch, wo sie vier Spiele von fünfen gewonnen haben. Wir haben nur das letzte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf drei Punkte abgeben mussten. Auch wie sie aufgetreten sind, wie auch die Entwicklung zu sehen ist. Ich habe es in der letzten PK nach unserem knappen 1-0 Heimsieg hier in der letzten Runde schon gesagt, dass mein Kollege da eine Top-Arbeit macht, eine Entwicklung sichtbar ist und diese hat sich nochmal fortgesetzt. Also der KSC spielt sehr flexibel mit sehr viel Torgefahr aus vielen Reihen heraus. Am vorne mit Hofmann einen absoluten Zweitligastürmer, der meines Erachtens auch in der Bundesliga spielen könnte. Gondorf-Wanicek, zwei Achter, die immer wieder tiefe Läufe anbieten. Zwei gute Außenstürmer mit Kota Lorenz, mit Gordon, hinten ein Kopfballmonster. Speziell im offensiven Bereich auch und mit Gersbecken-Torwart, der viele spielerische Lösungen in petto hat, sodass der KSC von den Varianten im Spiel sehr vielfältig aufgestellt ist. Wir wollen uns trotzdem mit allem, was wir haben, dagegen stemmen. Wir wollen trotzdem hier die Chance haben, eine gute Basis auch für die restlichen Spiele weiter zu schaffen und mit einem Heimsieg diese Punktezahl weiter zu vergrößern, wo wir dann auch für die Partie in Nürnberg mit einem guten Gefühl hinfangen können, wo wir auf die 16 Punkte, die wir momentan haben nach elf Spielen, die meines Erachtens auch ganz ordentlich sind, aber noch was draufpacken wollen. Ich habe es schon mal gesagt, ein bisschen Winterspeck anfressen. Und das wäre, glaube ich, der richtige Ansatz für dieses Heimspiel. 20.30 Uhr, etwas ungewohnte Zeit, aber trotzdem alles abzurufen, alles zu geben, teilweise ordentliche Leistungen anzuknüpfen, auch von St. Pauli, wo wir in der ersten Halbzeit wenig zugelassen haben. Viele gute Balleroberungen im Spiel auch hatten, aber bis auf die eine aus dem Lehrbuch, die zum 0 zu 1 geführt hat, dann auch etwas kläglich, will ich nicht sagen, aber verschwenderisch mit diesen Möglichkeiten umgegangen sind, sodass wir hinten raus einen 2 zu 0 Vorsprung noch aus der Hand gegeben haben. Da gilt es, auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Wir haben das mit der Mannschaft analysiert. Wir werden von der personellen Situation her weiter aus dem Vollen schöpfen können. Unsere drei Langzeitverletzten stehen uns nach wie vor nicht zur Verfügung, sodass wir in dieser kurzen Zeit zwischen Hamburg und dem Spiel gegen Karlsruhe auch sehr in sich damit beschäftigt sind, auch mit den Co-Trainern gemeinsam, die das sehr akribisch auch im Verbund mit uns aufarbeiten, analysieren und dann hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen, dass wir eine sehr gut eingestellte Mannschaft vom Körperlichen, aber auch vom Mentalen auf den Platz schicken können, um dieses Spiel zu gewinnen. Vielen Dank, Dirk, für deinen Ausblick auf die Partie gegen den Karlsruher SC. Damit ist jetzt die Chance für Fragen. Wer eine hat, bitte ganz kurz das Handzeichen oder das Mikrofon zuschalten. Ich glaube, es startet, wenn ich richtig sehe. Sebastian Wutzler für BILD und dbA. Ja, hallo, Herr Schuster. Sie haben es schon angesprochen oder haben schon den Namen genannt, Philipp Hofmann. Der hat in, glaube ich, neun Einsätzen, war auch in acht Ton beteiligt. Haben Sie sich schon etwas überlegt, wie man den am besten stoppen kann? Ich glaube, ihn in reine Manndeckung zu nehmen und auf dem ganzen Spielfeld bis auf die Toilette zu verfolgen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, wenn er im torgefährlichen Raum auftaucht, speziell bei uns in der Box, muss er mal gedeckt werden. Ansonsten können da auch flexible Übergaben erfolgen auf dem Rest des Spielfelds. Auf jeden Fall darf man ihn in keiner Sekunde aus den Augen verlieren, weil er wirklich sehr viel mitbringt, was einen guten Stürmer heutzutage auszeichnet. Er kann gut kicken, bringt ein gutes Tempo mit, sicher die Bälle gut, hat ein gutes Kopfballspiel, hat einen Riecher, ist extrem torgefährlich. Also ich glaube, so einen Stürmer wünscht sich jeder Trainer. Die nächste Frage kommt von Sebastian Sieberz für die Freie Presse. Wenn man sich die Tabelle jetzt mal anschaut, vor den Spielen heute Abend haben Sie jeweils fünf Punkte Polster nach oben und nach unten zu dem Relegationsplatz. Ist das trügerisch oder doch schon komfortabel? Nein, wir wollen definitiv da noch was draufsatteln. Ich glaube, wer die zweite Liga sieht, gesehen hat, auch gestern wieder die Ergebnisse, dass da überhaupt nichts Großes vorauszusagen ist. Und wir auch die Erfahrung gemacht haben in den letzten beiden Spielen, dass von der ersten bis zur letzten Minute maximale Konzentration und Leistungsbereitschaft angesagt sein muss, um zu punkten können und Spiele gewinnen zu können. Der weiß, wie viel investiert werden muss in jedes einzelne Spiel. Und auf der Seite ist es erstmal positiv, dass diese fünf Punkte nach unten sind. Ist kein großer Abstand nach oben. Ich glaube trotzdem, dass wir die Tabelle in beide Richtungen ein klein wenig vernachlässigen können, sondern dass es für uns darum geht, diese 16 Punkte, diese Zahl weiter zu erhöhen. Und wie die anderen Mannschaften dann spielen, wie sie sich tabellarisch gestalten, können wir dann auf den zweiten Blick vielleicht mal mitnehmen. Aber für uns ist entscheidend, dass wir uns dieser magischen 40-Punkte-Marke so schnell wie möglich, in welchen Schritten auch immer, da ist ein Punkt auch mal ganz angenehm mitzunehmen, weil man weiß immer erst, wenn man ein Spiel verloren hat, was überhaupt ein Punkt wert ist. Am besten natürlich drei Punkte. Das ist morgen unser Ziel, um diese 16er-Marke zu verlassen nach oben hin. Die nächste Frage kommt von Ronny Maywald für das Sachsenradio vom MDR. Dirk, sportfrei, ich hoffe, du kannst mich hören. Sehr gut sogar. Die Vorbereitung auf das Spiel morgen Abend, inwieweit spielt da auch schon das Spiel am Wochenende in Nürnberg eine Rolle? Also so einer gedanklichen Balance vielleicht, was die Kräfte betrifft? Oder sagt ihr einfach erst mal morgen alles rein und alles, was danach ist, werden wir sehen? Ja, ich glaube, der zweite Ansatz der Frage war genau der richtige. Alles, was nach morgen kommt, kann gern über Nürnberg sein, aber alles bis morgen zum Abpfiff, sollte sich nur mit dem KSC beschäftigen. Und dem gilt auch unsere ganze Konzentration, dass wir dieses Spiel positiv für uns beenden können. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden, es wird ein harter Kampf werden. Die Karlsruher sind in einer guten körperlichen Verfassung, wir auch. Ich denke, dass wir heute auch noch gar nicht sagen können, wer nach dem Spiel uns für die nächste Partie zur Verfügung steht. Wer vielleicht eine leichte Blessur mit sich trägt. Ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Karten sprechen und das nicht in der Self-Fulling Prophecy irgendwie beschreien. Das macht gar keinen Sinn. Aber wenn wir Planungssicherheit haben, können wir das Spiel in Nürnberg angehen. Bis dahin zählt für uns nur der KSC. War doch schön englisch gesagt. Ronny Maywald bleibt in der Leitung. Darf ich nochmal kurz, wenn das okay ist, nostalgisch werden ein Stück weit KSC in der wunderbaren Zeit, die du da hattest. Was sind trotzdem so vielleicht die ein, zwei Dinge, wo du heute, viele Jahre danach sagen musst, die ragen am meisten heraus? Ja, erstmal habe ich beim KSC mein erstes Bundesligaspiel gemacht. War damals gegen Borussia Dortmund ein Heimspiel, wo wir 2-2 gespielt haben. Das bleibt einem, glaube ich, so immer das erste Spiel so ziemlich hängen. Und es war ein großartiges Erlebnis mit vielen Zuschauern. Damals auch noch mehr mit Scholl in der Mannschaft und vielen anderen. Hartford, Bogdan, Olli Kahn war dabei. Da erinnert man sich sehr gern darin. Und dann natürlich die Zeit des Jahres im Europapokal, wo wir Leistungen gebracht haben, die uns keiner zugetraut hat. Wo wir auch so weit gekommen sind, wo wir selber nicht zu träumen gewagt haben. Und das sind alles Momente gewesen, die dann auch später irgendwo hilfreich waren, mal einen Adler auf der Brust zu tragen, was mich auch stolz gemacht hat. Also da sind schon einige Erinnerungen weiter dabei, die durch solche Fragen ab und zu mal aufgefrischt werden, aber die im Alltag bei uns und im täglichen Job momentan ziemlich weit weg sind. Danke. Gut. Roni Maywald, zufrieden damit, mit allem? Alles gut, danke. Ja, gut. Gibt es weitere Fragen? Sebastian Mutzler nicht, Sebastian Sieberts nicht, Frau Hummel-Kreisel nicht, der Herr Kerber vom MDR auch nicht. Dann sind wir für heute mit der Pressekonferenz, mit der virtuellen. Am Ende bedanken wir uns für die Teilnahme. Die Zeit rennt. In 30 Stunden ist die Mannschaft fast schon mit dem Aufwärmenprogramm fertig. Darum wollen wir uns nicht länger hinauszögern. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen Abend 20.30 Uhr zum Spiel gegen den KSC. Gute Vorbereitung und viel Erfolg natürlich. Danke. Ja, bitte. Youtuber. Intendlich in der WDR